Herzlich Willkommen in meinem Wohnzimmer. Da drüben zum Beispiel mein Ex-Freund, ne? Nein, Spaß! Wir sind auf der IMM Cologne 2015. Das ist eine der größten Einrichtungsmessen Deutschlands. Und ich werde euch diese Woche zeigen, was man in seinem Wohnzimmer zu stehen hat. Denn ich konnte es einrichten für euch, hier alles mal unter die Lupe zu nehmen. Liebe Frauen, welche Küchen muss euer Mann euch unbedingt kaufen? In welchen Betten sollten wir unbedingt schlafen? Das finde ich diese Woche für euch raus in einem großen Bettentest unter anderem. Auf den ich mich ja schon besonders freue, ne? Also, ich muss dann mal los.